Der 28.08.2018 ist ein Dienstag. Da wir ja wieder normale Temperaturen haben, können wir auch wieder ordentliche Gerichte auftischen. So kam dann ein gut bürgerliches Mittagessen auf den Tisch mit Sauerkraut und Rippchen und einem feinen und fluffigen Kartoffelpüree. Dazu gab es einen kühlen Rote-Bete-Salat, ein sehr feines und köstliches Gericht und dazu noch gut bürgerlich. Mit einem Dressiersack habe ich das feine und fluffige Kartoffelpüree auf meinem bäuerlichen Essteller kreisförmig ausdressiert und das Sauerkraut in die Mitte platziert. Auf einem separaten Teller lag dann das Rippchen und der Rote-Bete-Salat zur Präsentation. Meine Lieben, das war wirklich ein Kaunschmaus heute. Sehr, sehr köstlich und lecker.